Der Fahrradausflug. Akosch ruft Lukas, Bruno und Sabine an und schlägt ihnen vor, einen Fahrradausflug zu machen. Ja! Fahrradausflug! Wir sind dabei! Sie fahren mit ihren Fahrrädern zum Flughafen und schauen sich ein Flugzeug an. Dann fahren sie zum Donauturm und schießen ein Foto vom Donauturm. Sie fahren zum Prater und fahren über die Hauptallee. Der Leihmann, Prater, Bier, super! Super! Dann fahren sie nach Ungarn und kochen mit Akosch, Oma, in ihrem Haus. Sie fahren wieder zurück und veranstalten ein Fahrradrennen. Ich bin schneller als die anderen! Yay! Ich hab's geschafft! Und wieder ein Biel als erster. Akosch gewinnt. Juhu! Ja! Ja! Vielen Dank! Vielen Dank.